Okay, Stufenberg, was war das nochmal für ein Dungeon? Ach, das war dieser hier. Okay. Dann gucken wir doch mal. Hier waren wir ja schon mal. Hallo, Fleeknoll und Klick. Schau mal, da können wir super ausweichen. Okay, dann können wir uns durch mal einen Fleeknoll. Okay, gut. Ist in Ordnung. Gehen wir weiter. Meine Güte. So, was haben wir hier denn? Da ist auf jeden Fall irgendwo ein Top-Elixier. Ein Rotomorf hat das. Das will ich haben. Dieser Dungeon ist jetzt random, kann das sein? Das sieht irgendwie anders aus, habe ich das Gefühl. Kann mich auch täuschen. Also, okay. Da sehe ich jetzt welche Attacken aufsteigen. Ranken-Heap. So, und du wirst einfach niedergetackelt. Auch wenn es nicht viel macht, aber päh. Bisschen was ist ein bisschen was. So. Da ist nichts. Da ist das Rotomorf. Ist das auch das Richtige? Wir werden sehen. Schauen wir mal. Jawohl. Prima. Dann schauen wir doch mal über den... Moment. War das sogar der Ausgang? Ah, Fleeknoll. Stirb! Niemand kann dich leiden. E-Molga? 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 Where are you? Kommen Sie zurück, junge Dame. Auch wenn du ein Kerl bist. So. Ah ne, das war ein Wunderfeld. Äh, prima. Dann schauen wir mal. Mhm. Mhm. Das muss ja theoretisch hier irgendwo der Ausgang sein. So rein von der Theorie. Hi. Coole Position für einen Klick. Denn da kann nur ich alleine angreifen. Aber das Ding hört eh nicht da zu viel aus. Von daher kann es mir auch wurscht sein. Wo ist der fucking Ausgang? Ach, natürlich. Moment. Oh, hi. Äh. So. Haha. Okay. Ah, hier. Prima. Yes. Zentralhügel. Okay. Schauen wir mal. Der ist noch umgeworfen. Das ist ja schön. Jo. Bitte. E4. Hier müssen wir sein. Okay. Dann gucken wir doch mal. Scharfaxx. 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 Wo bist du denn? Du bist kein Scharfaxx. Nee. Hier, frisst das. Oh. Äh. Okay. Ja, das habe ich bereits verstanden. Ah, eine Schatzbox. Sehr gut. Die kann ich aufmachen lassen in der Stadt. Das heißt, ich habe jetzt Tackle 2. Nee. Theoretisch. Ah. Hi. Äh. Hä? Wo zur Hölle? Wo ist das Ding hin? Scharfaxx, please. Komm zurück. Yes. Ah so. Ich muss ansprechen. So. Gut gemacht. Dankeschön. Danke für die Rettung. Äh, Estes ist Earth, hält das Team-Abzeichen die Höhe. What the fuck? Ja. Okay. Das war eine erfolgreiche Quest. Gut. Danke für eure Hilfe. Hier ist der Lohn für eure Bühen. 100 Geld Pi. Ein Stück des Items belebert. Ah. Eisam. Mobil Orb. War das schon der ganze Auftritt von Schafax? Schade. Guten Morgen, Estes ist Earth. Auch heute geben wir wieder unser Bestes. Äh, jo. Bitte. Wunderbar. Okay, ähm, dann will ich jetzt mal gucken. Ich will mal diese Kiste öffnen lassen. Und ich... Okay. Strepoli. Äh. Was gibt es, Strepoli? Die Würfel sind gefallen. Alea Acta Est. Äh. Aber heute werde ich hier meinen eigenen Laden betreiben. Was sagst du da? Wie kannst du's wagen? Ich habe vor, wieder ins Baugewerbe einzusteigen. Diesmal will ich es aber sauber aufziehen. Keine krummen Dinger mehr drin. Außerdem möchte ich mich bei euch auch irgendwie erkenntlich zeigen. Daher dachte ich, es wäre am besten, wenn ich meinen Laden in eurer unmittelbaren Nähe aufmache. Zumindest ist das die offizielle Version. In Wahrheit will er ja doch nur seiner geliebten Grillo möglichst nah sein. Wir wiesen kleine Drecksäcke. Wer, wenn ich euch in die Finger kriege? Wurruh, wurruh, wurruh. Wurruh, Hilfe. Zack, Paupumrum, rumsmeckpuff. Das musste sein. Oh Gott, sie sind tot. Damit werden wir diese Quellgeister los. Äh, äh. Ich weiß nicht mehr, was für Stimmen... Hey, wenn das nicht der gute alte Stripuli ist. Zu, Rockhex. Hey, hey, sag mal. Seit wann gibst du dich denn mit solchen Nieten ab? Was musst du gerade sagen? Ist hat jemand wie du hier überhaupt verloren? Ja, hey, du. Hör mal. Es ist ja nicht so, als hätte ich das gerne getan. Aber ich hatte eben keine Wahl. Mich alle haben es im Leben so leicht wie du. Und ich glaube, es wäre ernsthaft, was ist mein Traum, was an diesem ehelnden Ort zu versauern. Äh, 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 warum hat das... Nö, hm, bei dir ist ja wirklich so einiges im Argen. Ich weiß zwar nicht, wo genau der Schuh bei dir drückt, aber sei es drum. Und? Was wollte ich noch gleich sagen? Na genau, vom heutigen Tag an werde ich auch hier meinen eigenen Laden führen. Ihr habt doch nichts dagegen, oder? Aber wo denkst du denn hin? Ich bin glücklich, dass du wieder Gefallen an deiner alten Arbeit gefunden hast. Ich dachte mir schon, dass du sowas sagen würdest. Sonst hab ich's gehofft, denn mein Laden steht schon, um genau zu sein. Was? Wie bitte? Das ging aber schnell. Wow. Oh, mein Laden. Ich nenn ihn Streepoli und Co. Da bleibt dir die Spucke weg, was? Heute werde ich mich hier als Baumeister so richtig ins Zeug legen. Naja, werde ich zumindest versuchen. Schon eine ganze Weile her, seit ich zuletzt den Hammer geschwungen hab. Ein paar Tage, um genau zu sein. Daher könnte es sein, dass ich ein Kleiner nicht eingerostet bin. Ach, was? Sag doch sowas nicht. Werden's denn bitte schön unser neues Wind und wetterfestes Zuhause zusammengezimmert? Du doch wohl, oder? Ach schon, aber es ist ziemlich scheiße. Ich wünsche aber, dass ich noch einen Tacken zulegen muss, wenn ich mit meiner Arbeit wieder meine Brötchen verdienen möchte. Jeden Tag über ich mich von früh bis spät in der Zimmermannskunst, aber es ist weiter schwieriger, als ich anfangs gedacht habe. Wenn ich ja bloß etwas stabilen Efeu zur Hand hätte, damit könnte ich sofort wieder loslegen, wie früher, aber... Das ist alles? Sagst du das denn nicht gleich? Wir besorgen dir am Handumdrehen deinen stabilen Efeu. Wirklich? Das würde ich für mich tun? Das versteht ich doch von selbst. Lass dich von solchen kleinen Kram nicht aufhalten und überlass das einfach uns. Kümmerst du dich lieber um dein Handwerk? Andererseits, wo findet man diesen stabilen Efeu denn überhaupt? Ich bin mir ziemlich sicher, dass man ihn als Lohn für erfolgreich abgeschlossene Jobs bekommt. Und nur da. Wenn ihr einen Blick auf das Infobrett dort werft, werdet ihr bestimmt einen Job finden, dessen Erledigung euch als Belohnung ein stabiler Efeu winkt. Ihr braucht also nichts weiter zu tun, als den jeweiligen Job zu erledigen. Verstanden! Wir werden also einen Job erledigen, für den wir im Gegenzug einen stabilen Efeu bekommen und ihn dir dann sofort vorbeibringen. Es ist es, lass uns gleich mal das Infobrett auf geeignete Jobs hin absuchen. Wir brauchen also einen Job, der mit einem stabilen Efeu belohnt wird. Und dann heißt es nichts wie los! Okay. Nein. Später. Ich will jetzt endlich mal gucken, was es mit dieser ominösen Kiste auf sich hat. Oh! Es ist so schön, einfach mal alle fünf gerade sein lassen. Dumm nur, dass das an unserem Boss total vorbeigegangen zu sein scheint. Ui. Ist der Bus einfach immer noch sauer? Ja, so ist er halt. Macht dir nichts raus. Der regt sich schon wieder ab. Hauptsache, er will wieder als Baumeister arbeiten. Darauf kommt es so an, oder? Das sind die besten Neuigkeiten, die ich seit langem gehört habe. Wir werden ihm natürlich auch so gut helfen, wie wir, auch so gut helfen, wie wir nur können. Betonung, was ist das? Ich weiß es nicht. Hä? Okay. Okay. Ich kann jetzt Boxen knacken. Mal her, sind nicht so weit. Oh, da wir in meinem Land sind die abgeschlossen. Der Boxknacker hat das offiziell wieder offen. Freut euch, Freunde. Hahaha. Ich bin der Boxknacker. Okay. 150, Geld, P. Ich habe nicht genug Geld, P. Okay. Kein Problem. Ich habe genug bei einer Box. Äh. 51 reichen. So. Gut. Prima. Was guckst du mich an, Terribar? Äh, Boxknacker. Schatzbox. Okay. Schauen wir nochmal. Hübsche Box. Öffnen. Jo. Okay. Wow. Äh, Vergelter. Okay. Hinweis Vergelter. Bei Vergelter handelt es sich um eine Teamfähigkeit. Beherrschst du sie, werden die Statuswerte Angriffssp... An... Und Genauigkeit der übrigen Verbündeten zeitweise erhöht, sobald ein Verbündeter kampfunfähig wird. Die Vorzüge von Teamfähigkeiten kommen allen Teammitgliedern zugute. Team Pokemans hat die Fähigkeit Vergelter erlernt. Ha. Okay. Schauen wir mal, ob wir noch unseren Goldbahnen loswerden können. Nee. Okay. Daneben nicht. Hallo, Schnellestes Earth, Horst. Steht heute auch wieder ein Job an? Ich bin jederzeit bereit, falls ihr mich braucht. Äh, okay. Was für ein schönes Wetter heute. Nicht wahr, Esteses Earth und Horst? Dann wollen wir uns heute mit den Jobs aber auch besonders viel Mühe geben, ne? Okay. Äh, zu Kecleon brauche ich gerne schauen, denn ich habe immer noch nicht genügend Geld für mir irgendwas zu kaufen. Von daher gehen wir jetzt nochmal zurück an unser Jobbrett und schauen uns da ein bisschen genauer um. Äh, Okay. So, nach Lohn sortieren. Efeu. Das gibt alles Efeu und das gibt alles Efeu. Ich kriege von jeder Quest Efeu Tfuk. Okay, ganz viele Stufenbergquests. Nein, später. Oh je, das kann dauern. Nein, später. Jetzt will ich mal schauen, ob man die dann alle auf einmal erledigen kann. Falls nein, äh, oh je. Hm, später. So. Okay. Jetzt schauen wir doch mal. Äh. Erhalte das Item toller Stein. Hilf mir jemand, rette Molly Morber, relle klick die klack, finde Tarnpignon. Okay. Wie schaffen die es, diese Notizen rauszuwerfen, wenn sie von, äh. So. Ja. Gerne alle. Darf ich, darf ich alle? Oh je. Nur eine Quest auf einmal. Okay. Okay. Ähm. Hey. Luckily, ich habe, dass ich mit mir ein gegros, dens, oder, Ach. Untertitelung des ZDF, 2020